Ja hallo und herzlich willkommen hier zum kleinen aber feinen Vorstellung von dem kleinen Webradio, das ich gefunden habe. Ja ich habe hier einen Aufruf gestartet. Ich hoffe man versteht mich ein bisschen. Ja ich habe einen Aufruf gestartet bei Facebook in meiner Facebook-Gruppe, dass ich ein Webradio suche und ich hab's gefunden. Ja habe ich noch gleich mal so gesagt, da soll man gleich mal so eine schöne Ansage machen, wenn man ihn schon vorstellt hier. Ja er wird nämlich jetzt den nächsten Zeiten für mich Musik machen, hier in meinem kleinen Lkw. Und Horstie macht auch mal die Musik leiser hier. Ja wie gesagt, viel Spaß jetzt mit seiner Vorstellung und ich schreibe ihn gerade mal, dass er für euch mal eine Ansage machen kann, dass er für euch, dass er euch mal richtig vorstellen kann. Ich muss ihn aber gerade erst mal schreiben. So, dann schreibt man ihm jetzt mal privat, dass er mir mal schreiben soll. Und ich halte jetzt mal die Klappe und dann werden wir mal sehen, wann wir die Meldung bekommen. Viel Spaß. Ja bei unserem Kellerradio hört ihr das Beste, was ihr wollt. Muss ja mal eine kleine Ansage machen, ne? Ja, ich will selber nicht direkt was ich jetzt für Werbung mit dich machen muss. Denny, das tut doch nicht. Ich sag einfach mal, hier ist Werbung mit DLP-TV-O. Ja, so muss es sein, hier auf unter Kellerradio.de. Alles kommt überraschenderweise. Wolltest du mal Ansagen machen und dann lassen. Ja. Ja. Ja, dann bedanke ich mich erst mal für die nette Ansage. Und ihr werdet jetzt viel von dem Radio hören, wenn wir fahren. Ich habe gerade mal das Radio bisschen lauter gedreht, dass ihr ein bisschen versteht was davon. Und in der nächsten Zeit werden wir das abspielen, wenn wir hier unsere Runden drehen durch Europa. Und Dankeschön. Lasst ein Like da für das Radio und für mich und für den Basti. Ciao, ciao.